Ob ihr noch Facebook nutzt, könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Facebook hat ja auch Metaverse rausgebracht. Das war ein großes Projekt von Mark Zuckerberg zum Thema VR. Wir gehen alle virtuell und sind alle zusammen connected. Und da kann man auch Online-Käufe machen und sich miteinander austauschen. Und die Idee war sehr, sehr cool. Aber man hat dann auch nicht mehr wirklich viel davon gehört. Und die Umsetzung scheint laut dem Video von Klangarn auch nicht sonderlich geil zu sein. Denn das Video heißt Der tiefe Absturz von Metaverse. Und außerdem sehe ich hier, da aus dem Video von Klangarn auch zu sehen ist, wie viele Kinder diese Plattform nutzen, auch für mich wieder sehr heikel. Denn überall, wo Kinder im Internet sind, drohen auch Gefahren. Ich habe das ja letztens in einem Mobile-Game selbst erleben dürfen, dass ich ein Mobile-Game für Kinder gespielt habe, was schon echt viel zu schnell war. Wurde in einen Raum mit fremden Leuten geschmissen, mit denen ich chatten musste, um Punkte zu bekommen. Und siehe da, es waren natürlich Männer, die an Kindern interessiert sind in diesen Chats. Deswegen auch hier große Vorsicht ist geboten. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was mit Metaverse so abgeht. Ich würde mich mit einem Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Das Original-Video ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Hat er sehr gut gemacht. Er gibt sehr gute Einblicke. Und es ist einfach nur krass, wie viel Geld man eigentlich ausgibt für Dinge, die am Ende einfach scheinbar nicht funktionieren. Heute geht es um 36 Milliarden Euro. Kinder, die mit mir befreundet sein wollen und virtuelle Strip-Clubs. Das hört sich alles so falsch an. Ich war für euch im Metaversum. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Freunde, es ist 2024. Wir leben in der Zukunft. Aber statt fliegender Autos, Pizza aus dem 3D-Drucker und Roboterhaustieren, haben wir halt Dubai-Schokolade, Influencer-Boxkämpfe und Tests, die dir sagen, welche Brotsorte du bist. Boah, dieser Box kam es auch so abartig, wie viel Geld da auch dieser Jake Paul, oder glaube ich heißt er, bekommen hat. Also das war so krass, wie das aufgeblasen worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Leider hat ja er auch gewonnen. Aber das war auch insane. Für alle, die es interessiert, die Antwort war Kartoffelbrot. What the fuck? Aber eine Technologie ist wirklich wahr geworden. Denn 2021 hat uns Mark Zuckerberg erzählt, Ja, also uns bei Facebook, uns ist Facebook eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Unsere Priorität liegt jetzt ganz woanders. Ich benutze ja eigentlich noch Facebook. Ich kenne nur Leute, die es noch benutzen, um halt an Geburtstagen jemanden zu gratulieren und halt die alten Connections irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich muss sagen, wenn ich auf mein Facebook-Profil gehe, was komplett inaktiv ist, da sind mittlerweile Leute drin, an die ich mich einfach nicht mehr erinnern kann. Das ist so crazy. Und da gibt es immer noch Leute, die immer noch fleißig posten. Also ich bin nicht mehr aktiv. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir konzentrieren uns jetzt aufs Metaversum. Aber damals hatte keiner eine Antwort auf die Frage, warum zum F**k sollten wir das überhaupt wollen? Ich glaube, das wusste Mark Zuckerberg damals auch noch nicht so genau, aber er war fest davon überzeugt, dass das das nächste große Ding wird. Und deshalb, weil er committen wollte, benannte er seine Firma von Facebook in Meta um. Und seitdem wird an diesem Projekt gearbeitet und gewerkelt. Über 36 Milliarden Dollar wurden bisher ins Metaversum von Meta investiert. Damit ist das Metaversum wahrscheinlich das teuerste Technikprojekt aller Zeiten. Und die ersten Bilder damals sahen bescheiden aus. Die Frage ist aber, was kann ich denn jetzt hier eigentlich genau machen? Denn damit steht und fällt ja das ganze Konzept. Leute nutzen das ja nicht einfach so, sondern nur, wenn man was Cooles damit machen kann. Irgendwas, was für sie wichtiger und cooler ist, als ihre normale Freizeit sonst. Also Sport machen, Freunde treffen und sich alle Videos über Seven Worses Wild angucken. Und es wurde immer groß in den Medien geworben, du kannst Leute treffen, du kannst Geld verdienen, du kannst deine NFTs ausstellen und eine virtuelle Pizza mit Bitcoin bezahlen. Ja cool, aber warum sollte ich das wollen? Und warum sollte ich in dieser pixeligen Welt Geld für virtuelle Dinge ausgeben? Viele Leute struggeln schon damit, genug Geld zu haben, um sich Dinge in der echten Welt kaufen zu können. Ja, wahrscheinlich hatten sie ein bisschen die Hoffnung, dass es wie bei CSGO oder bei FIFA, dass es dann so Pack-Openings werden, dass vielleicht die Dinge in diesem Metaverse sehr viel Wert am Ende haben. Aber ich hatte anfangs schon das Gefühl, gerade auch Metaverse ist ja auch sehr viel in der virtuellen Welt, wo chattest mit anderen Leuten. Ich war damals sehr viel unterwegs auf VR-Chat und ich fand VR-Chat eigentlich sehr cool. Da hast du dir so eine VR-Brille, so eine virtuelle Brille aufgezogen, sei es eine Oculus oder die andere, ich habe den Namen jetzt vergessen. Und dann hast du quasi in dieser Welt alles gesehen und hast dort mit anderen Charakteren gesprochen. Die Idee war süß, aber leider gab es dort halt super viele Leute, die das wieder extrem sympathisiert haben, Charaktere genommen haben, die nicht waren. Das war einfach nur noch am Ende so eine Art X-Chat. Und das war eigentlich am Ende ja dann wieder sehr mühsam. Und dann bin ich auch gegangen, weil ich auch gemerkt habe, bringt gar nichts, da coole Community-Projekte zu machen, weil es einfach immer nur um das eine geht und immer verschweinerter geworden ist. All diese Ideen klangen damals ziemlich fürchterlich und deshalb düsen wir immer noch nicht wie Cyborgs über die Datenautobahn, sondern gehen auch mal in die frische Luft und lesen auch mal ein Buch und gucken uns Blumen an oder essen auch mal ein frisches Brot. Meistens Kartoffelbrot. Aber das war Grund genug für mich zu sagen, ey, schauen wir einfach mal, was aus dieser weirden Idee von damals geworden ist, uns alle zu Cyborgs zu machen. Wie sieht das Metaversum heute aus? Ist es vielleicht doch cool oder nutzt das überhaupt irgendjemand? Und ich habe dabei gemerkt, wenn man versucht, ins Metaversum zu kommen, ist das gar nicht so einfach, geschweige denn herauszufinden, was man da überhaupt machen kann. Die offizielle Website dazu gibt jetzt irgendwie nicht so viel her. Das ist halt so das Nächste, ne? Metaverse da reinzukommen, das ist schon schwierig, das hat man schon keine Lust mehr. Und auch bei den ganzen VR-Brillen war es oft einfach immer schon mühsam, die aufzubauen. Und dann musstest du gucken, sind die Sensoren links und rechts gut? Erkennt der alles? Habe ich genug Platz? Und ach, das war einfach schon zu viel Arbeit. Was ist das Metaversum? Ja, das ist eine gute Frage. Das versuche ich gerade herauszufinden. Deshalb bin ich jetzt hier. Offensichtlich kann man da virtuell Tischtennis spielen, Fahrrad fahren und sich Planeten angucken. Die Website dazu sieht wirklich aus wie von dem größten Scam-Startup, was verspricht, die Welt zu revolutionieren und dann nach 18 Monaten Pleite ist und der CEO steht dann vor Gericht oder so. Hier kannst du dich vernetzen, lernen, shoppen, arbeiten, spielen. Puh, geil. Arbeiten. Endlich nicht nur in echt arbeiten müssen, sondern jetzt auch noch im Metaversum. Ja, das klingt ja schon verlockend. Freut ihr euch schon drauf, Kinder? Aber wie kann ich denn jetzt verdammt nochmal im Metaversum endlich ackern? Wie kommt man ins Metaversum? Das Metaversum wird sowohl gewohnte 2D-Erlebnisse bieten, als auch Projektionen in die physische Welt und vollständig immersive 3D-Erfahrungen. Ich glaube, die wollen wirklich nicht, dass man da mitmacht. Ja, wahrscheinlich. Falls die gemerkt haben, es funktioniert nicht, wahrscheinlich ist da schon voll der komische Spielplatz draus geworden. Das war die Antwort auf, wie komme ich ins Metaversum? Aber weiter unten steht zum Glück, dass man mitmachen kann übers Handy oder über den Computer oder für die perfekte Immersion kauft man sich so eine scheiß VR-Brille. Und das habe ich natürlich für euch gemacht, damit wir natürlich komplett ins Metaversum eintauchen können. Ich habe früher auch ganz viel VR-Brille gespielt und benutzt und auch in meinem Studium super viel mit VR gemacht. Und irgendwann hatte ich die Motion Sickness. Das bedeutet, wenn du die Brille aufhast und es bewegt sich, aber dein Gehirn merkt, dein Körper steht. Und dadurch sagt dir dein Körper, oh oh, du bist vergiftet, dir schlecht, dann wird dir richtig schlecht. Und mir war da immer drei, vier Stunden brutal schlecht danach. Irgendwann ging diese Motion Sickness leider auch nicht mehr weg, weil das ist ein ganz komisches Gefühl für manche, wenn sie auf einem Stuhl sitzen und du fährst aber im Spiel und alles um dich herum bewegt sich. Und seitdem kann ich keine VR-Brille mehr nutzen. Ich habe auch in meinem Studium so viel mit VR-Brille machen müssen, dass allein dieser Geruch der Brille, dass mir das schlecht wird mittlerweile. Aber wie man da jetzt reinkommt, steht immer noch nicht auf dieser fucking Website. Auf deren eigener Website steht unter dem Punkt, wie komme ich ins Metaversum, nichts dazu, wie man ins Metaversum kommt. Ja, das ist wohl so kacke, lasst den Leuten lieber nicht sagen, wie man da reinkommt. Ja, man muss sich richtig beschäftigen damit, wie man da überhaupt hinkommt. Stellt euch vor, ihr wollt einfach nur ganz entspannt nach Osnabrück reisen. Aber damit ihr überhaupt checkt, wie ihr da hinkommt, müsst ihr euch reihenweise Blog-Einträge, Internetseiten und vertrauenswürdige Verlinkungen von Usern wie XXDestroyer9XX durchlesen. Mann, ich will ins Metaversum, nicht ins Darknet. Irgendwann habe ich es aber herausgefunden, wo ich hin muss, nämlich zu Horizon World. Ja, aber da kommt man doch überhaupt nicht drauf. So heißt die App von Meta dafür. Dort kann man dann endlich in wunderbare VR-Welten eintauchen und andere Menschen treffen. Ja, schon viel zu kompliziert, ne? Da gibt es, wie gesagt, andere Alternativen, wo es halt viel schneller geht. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr da schon mal unterwegs wartet oder ob ihr sagt, hey, das ist voll underrated, das ist voll cool, da bin ich sehr gespannt. Das Ding gibt es seit Dezember 2021 für die USA, dann kamen mehr Länder dazu, Frankreich, Spanien und seit einiger Zeit auch Deutschland. Es soll wohl mehr als 10.000 unterschiedliche VR-Welten geben, von denen bestimmt alle mega geil sind. Und das Besondere, bei Horizon kommt man nur mit so einer Brille rein. Und auf der Website von Horizon gibt es sogar ein richtig geiles Werbevideo, was richtig Bock aufs Metaversum macht. Monsters, Swords, Lasers, Fisch. Ja, Mann! Fische! Offensichtlich sind Fische ein richtig großes Ding im Metaversum. Tragt einen verrückten Kampf im Super-Rumble aus und geht danach auf ein Konzert eures Lieblingsstars. Lache bis zum Umfallen in der ersten Reihe beim Soapstone Comedy. Ja, man muss ja schon sagen, solche Live-Events können ja funktionieren. Ich meine, ich sag's ja, auch in Fortnite hat es super funktioniert, dieses Marshmallow-Event, wo der Marshmallow live aufgetreten ist und so viele Leute da live mit teilgenommen haben im Spiel, das war schon genial. Das funktioniert aber halt auch nur, wenn du eine große Crowd an Leuten hast, die diese Plattform oder das Spiel halt nutzen. Und ich glaube, dass sie da halt auch viel gesehen haben und dachten, hey, das ist ja voll die süße Idee, gerade auch so zu Corona damals, da sich live irgendwie zu treffen. Aber wenn es halt schon so schwer ist, runterzuladen oder du im Worst Case sogar eine VR brauchst, um da irgendwie so wirklich das Feeling zu bekommen, das sind alle schon Dinge, woran es halt eben scheitert. Es war halt eine nette Idee, aber halt nicht gut umgesetzt. Es gibt immer wieder neue und unvergleichliche Worlds und Live-Events zu entdecken. Ja, das wird dann doch noch schwieriger als gedacht. Denn, Spoiler an der Stelle, so viel zu lachen, gab's gar nicht. Aber die Kommentare und Bewertungen dazu haben mir schon richtig Hoffnung gemacht. Ein Stern. Schrott. Ist wohl die schlechteste VR-Erfahrung, die man machen kann als Erwachsener. Schlechte Spiele gepaart mit toxischen Kids. Ähm, ein Stern. Ist das nur für Kinder unter 10? What the fuck is that? Ganz schlimm. Ein Stern. Es wäre sehr nice, wenn nicht 90% der Leute kleine Kinder wären, die nur rumschreien, beleidigen oder andere nervige Sachen. Beste und traurig. Fünf Sterne. Es ist mein Lieblingsspiel, aber es gibt Fluchen und so. Also sagt meine Mutter, ich darf nicht mehr dabei... Hä, aber was machen Kinder da drin? Ich dachte, es sind jetzt wieder irgendwelche Erwachsene da drin, die irgendwelche Schweinskrams machen. Bei sein. Ja, das ist wirklich tragisch. Gut, dass meine Mutter mir das nicht verbieten kann. Damit ich überhaupt starten kann, muss ich mir am Handy erstmal ein Konto erstellen. Und einen richtig geilen Charakterdesign. Ja, wenn ich da überall rumlaufe und andere Leute treffe, brauche ich natürlich auch ein babamäßiges Outfit. Geil! Und dann bin ich eingetaucht ins digitale Universum. Voller Magie und unendlicher Möglichkeiten. Am Anfang landet man in der Horizon-Zentrale. Von da aus kann man sich eine der ganz vielen Welten aussuchen und dann da hinreisen. Und da ist mir schon was Wichtiges aufgefallen, denn alle diese Welten sind leer. Irgendwas läuft doch nicht richtig, wenn die Welten unter World Highlights nur 36, 6 oder gar keine Nutzer haben. Spin the Bottle, die spielen da Flaschen drin von Meta-Jesus. Und selbst die Horizon-Zentrale hatte nur 44 Nutzer. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Server gibt, auf denen man landet oder ob das wirklich alle, alle waren. Die Leute da waren aber auch definitiv nicht deutsch. Also ich bin nicht in einer deutschen Version oder so gelandet. Aber wenn man da so zusammenrechnet, wie viele Leute da so unterwegs sind, kommt man doch auf eine sehr, sehr kleine Zahl. Ja, da haben sich die 36 Milliarden ja richtig gelohnt. Und wenn man dann da so rumläuft, kann man hören, was andere Leute so erzählen. Und wenn man nah genug dran ist, kann man sich auch mit denen unterhalten. Und es gibt sogar Community Guides. Also Leute, die beim Meta selbst angestellt sind und in dieser Welt rumlaufen, um anderen Leuten diese Welt zu erklären. Oh, das ist ja schon... Also die Grundidee ist schon süß. Aber es funktioniert halt nicht. Es ist noch alles zu kompliziert. Ich meine, wäre es zum Beispiel so eine richtige, schöne, tolle Welt, in der man ja gerne ist. Aber das ist ja schon noch sehr Comic-mäßig. Dann haben Leute das Problem mit einer Motion Sickness, dass ihnen schlecht wird. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es süß ist, sich da wirklich irgendwie auseinanderzusetzen oder mit Leuten irgendwie zu sprechen. Aber die Umsetzung ist schon viel zu kompliziert halt leider, ne? Also allen anderen 40 Leuten, die dann da so unterwegs sind. Aber ich will ja nicht schnacken. Ich bin ja dafür da, um geile VR-Welten zu entdecken. Um einzutauchen in Erlebnisse, die ich vorher so noch nie erlebt habe. Also habe ich mir die erste Welt rausgesucht und bin gegangen zu McDonald's. Beziehungsweise Matt Donald's. An dieser Stelle werden keine Copyrights verletzt. Und dort, in dieser Welt, sah es so fucking traurig und dystopisch aus. Matt Donald's. Ja, es ist ein bisschen wie Roblox schon fast, ne? Dass du dir da einfach so eine Wall dann an verschiedenen Räumen aussuchst und da passieren Dinge. Und wie gesagt, das ist halt keine Welt, in der du gerne bist. Also wäre es wirklich eine schöne Welt, ne? Wie zum Beispiel im Spiel Avatar oder andere Spiele, wo du wirklich sagst, wow, hier ist ein geiler Space, hier kann ich irgendwie gerade cool abschalten. Aber das, da will man ja nicht hin. Es war Nacht, es war kein Mensch da und alles sah aus wie bei Roblox. Ja, genau. Das ist eine der empfohlenen Welten. Ich bin dann da ein bisschen rumgelaufen, in die Küche gegangen, überall flogen irgendwelche Gegenstände rum. Und es war so fucking traurig, dass ich fast vergessen habe, dass diese Welt über 26.000 Likes bekommen hat. Das kann dann nur von Kids sein, oder? Warum? Wer gibt hier ein Like? Wer findet sowas gut und denkt sich, ja man, das müssen auch andere Leute erleben. Man konnte auch irgendwie nichts machen. Ich weiß nicht, ob das anders ist, wenn andere Leute da sind, aber so gar nichts. So traurig, der geht allein in Matt Donnes und du kannst nicht mal bezahlen. Nicht mal das super bouncy Haus auf dem Parkplatz konntest für mich retten. Schade. Kommen wir aus der virtuellen Welt mal ganz kurz zurück in die echte. Ich glaube, das tun uns allen mal ganz gut. Also weg mit der VR-Brille, Augmented Reality und auch mal mit dem Handy. Damit das klappt, habe ich von Magic Holz diese wunderbaren Pakete bekommen. Das sind Bausätze für Modelle, Miniaturhäuser, Rätselboxen oder Puzzle aus Holz. Das ist cool. So könnt ihr aus den kleinen Einzelteilen aus Holz zum Beispiel dieses wunderbare Häuschen bauen. Das ist ja geil. Dann habe ich selber gebaut und leuchtet sogar. Und die kann man doch ins Bücherregal stellen, ne? Gott, ist das niedlich. Oder ihr könnt auch dieses kleine Häuschen hier bauen. Oder diesen Globus. Das ist cool. Wisst ihr, was ich mir letztens auch wieder gedacht habe? Ich habe ja eine Staffelei, die hole ich jetzt wieder aus dem Keller. Und ich habe jetzt auch schon für meinen Schlafbereich mein Handy verbannt und habe mir einen Wecker gekauft, der dann so, wenn es heller wird, dann auch so ein bisschen die Sonne simuliert und das Abendlicht und alles. Und der weckt mich dann mit Vögelgezwitscher oder Vogelgezwitscher, weil ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen mehr weg von dem Handy. Ich merke einfach oft, das Handy stresst mich. Man glotzt so viel drauf. Ich gehe jetzt auch abends ins Bett und lese ein Buch. Und damit schlafe ich dann ein, einfach so ein bisschen runterzukommen. Weil man hat das Ding immer in der Hand und mich macht es langsam auch echt einfach irre. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich dieses Jahr so oft krank war wie noch nie. Es ist auch viel passiert bei mir hinter den Kulissen. Hinter der Kamera hatte ich sehr, sehr viel privates Zeug, krasse Änderungen in meinem Leben, die passiert sind. Und ich merke so eine innere Unruhe. Und da habe ich mir einfach gesagt, für mich ist jetzt auf jeden Fall ab jetzt und auch fürs nächste Jahr, in den nächsten Jahren Mental Health auf number one. Das ist einfach ganz arg wichtig. Und deswegen sage ich, ich erzähle es gerade, weil gerade solche Sachen, sich mit sowas zu beschäftigen, was zusammenzubauen, mal einfach Ruhe zu haben, nichts im Hintergrund laufen zu haben, das ist so selten geworden. Das muss man viel öfter machen. Oder wenn ihr gerne zeichnet, zeichnet wieder mehr. Das ist so schön für die Gedanken. Ich weiß, man hält es manchmal gar nicht auf mit purer Ruhe, weil man immer zum Handy greift oder während Serien greift vor zehnmal zum Handy, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind, uns lange zu konzentrieren. Und ich habe diese Konzentration auch verloren. Ich merke das auch in Calls, ich schweife so schnell ab und kann mich nicht mehr konzentrieren und ich hätte das gerne wieder, dass ich das kann. Vielleicht habt ihr auch weitere Tipps oder so ein paar Routinen, die ihr so habt, wo ihr sagt, es hat euch voll geholfen. Oder diese Pinball-Maschinen. Oder dieses Grammophon. Oder diese Rätselbox. Oder dieses Puzzle. Oder den Hogwarts-Express. Cool. Ich bin begeistert. Ich bin super verwirrt. Bei Magic Calls gibt es für jeden das passende Modell. Plus kostenlosen Versand ab 35 Euro, plus 100 Tage Rückgaberecht, plus persönlichen Service. Und dann könnt ihr das in der Winterzeit ganz entspannt und gemütlich zusammenbauen. Vielleicht alleine oder mit Oma oder als Date-Idee. Oder mit dem weirden Nachbarn, der sich immer darüber aufregt, dass irgendwer den Müll nicht richtig trennt. Ja, vielleicht mit dem besser nicht. Oder für die Feiertage zum Verschenken, falls ihr noch ein passendes Geschenk sucht. Das ist voll die süße Idee. Hätte ich meiner Schwester nicht schon Adventskalender gemacht, hätte ich ihr das geschenkt. Weil gerade so dieses kleine leuchtende Bücherregal, vielleicht mache ich das sogar noch mit dem Code. Und damit ihr dabei noch ein bisschen Geld sparen könnt, habe ich als Geschenk an euch, gern geschehen, den Code KLENGARN, mit dem ihr 15% Rabatt bekommt, zusätzlich zu allen anderen Aktionen, die bei Magic Calls auf der Website verfügbar sind. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich kaufe das und schenke von meiner Family an Weihnachten jedem sowas. Das ist übel süß. Und unter allen Bestellungen über 80 Euro, die diesen Code benutzt haben, werden zwei davon von Magic Calls komplett erstattet. Also for free dann. Alle weiteren Infos dazu und den Code KLENGARN gibt es oben in der Videobeschreibung. Und das Häuschen hier stelle ich mir jetzt mal ins Regal. Das war echt mal eine richtig coole Integration. Zurück ins virtuelle Universum und schnell weiter in die nächste Welt. Und als ich da war, habe ich gesehen, oh, es gibt eine Welt, in der man Squid Game spielen kann. Und das stelle ich mir eigentlich ganz geil vor. Genau für sowas gibt es doch VR. Ein Erlebnis, was ich so nie bekommen würde. Jetzt kann ich es hier spielen, aber ich sterbe halt nicht dabei. Leider war ich auch hier der Einzige. Also bin ich halt einfach nur gegen mich selber angetreten. Als mir dann rotes Licht, grünes Licht zu langweilig geworden ist, bin ich dann noch zu der Brücke mit den Glasplatten gegangen. Und das war auch ziemlich langweilig. Ist halt nicht geil umgesetzt, das muss man halt sagen. Also bin ich in die nächste Welt gegangen. Ich wollte was erleben, was ich so im richtigen Leben nie erleben könnte. Eine einmalige Erfahrung. Also bin ich zum VR-Zahnarzt gegangen. Ja, gibt schon richtig coole Welten. Und auch da war niemand außer ein Kind. Ich dachte erst, das wäre nur ein Bot, der rumläuft. Aber irgendwann hat der Bot angefangen, mit mir zu sprechen. Hey, I'm a doctor. I'm a dentist. Ach süß, das ist wirklich wie bei Roblox. In Roblox gibt es auch so... Also Roblox ist wirklich ein Spiel auch für kleinere Kinder. Und da kann man auch so Roleplays spielen. Zum Beispiel kannst du auch in ein Krankenhaus. Da kann dann jemand die Rolle von einem Arzt übernehmen, von einer Krankenschwester, von einem Patienten. Und das ist hier wahrscheinlich ähnlich. Und wahrscheinlich hat das Kind halt eben die Rolle des Doktors übernommen. Und denkt jetzt, der erste Kunde ist, weil das Kind da einfach alleine chillt und hat halt keine Kunden. I'm a dentist, come on. Come on. Also... Also wenn es jemand zu euch auf der Straße sagt, dann lauft. Habe ich ihn dann gefragt, ob er überhaupt echt ist. Er hat dann gesagt, ja, er ist ein echter Mensch. Aber dann hat er angefangen, mir nicht mehr zu glauben, dass ich ein echter Mensch bin. Are you a human? I don't think you're a human. Because you're talking weirdly. Zum Glück konnte ich dieses Kind vom Gegenteil überzeugen. Und dann wollte es mit mir befreundet sein. Hi. Hey, you wanna be friends? Ja, ich hab mal dankend abgelehnt. Aber ich war ja in dieser Welt und dann hat der Zehnjährige angefangen, mit mir Zahnarzt zu spielen. Man muss ja auch nochmal sagen, ne, also das auch nochmal für alle, die hier zuschauen, dass wenn eure Kinder super viel spielen, gerade bei sowas hier, achtet immer drauf. Weil wenn, ich kann mir gut vorstellen, weil ja auch Klengarn vorhin meinte, dass dort mehrere Kinder sind und die Person vorhin hat sich auch sehr jung angehört. Leider leben wir in einer Welt, in der kleine Kinder oder Kinder oder Teenager generell im Internet auch nicht sicher sind, weil Leute, die den Kindern Böses wollen, wissen, wo sie Kinder finden. Und gerade sowas wie Metaverse lässt mir so ein bisschen ungutes Gefühl. Ich hab letztens ja auch mal ein Video gemacht, wo ich ein Mobile Game gespielt hab für Kinder. Das war absolut toll und hat dich dann quasi, damit du weiterspielen kannst, in einen Live-Chat mit fremden Menschen geschmissen. Und siehe an, mich haben erwachsene Männer angeschrieben, denen ich dann auch bewusst, um zu gucken, was die wollen, gesagt haben. Ich bin erst 14 oder 13, die dann erst richtig Bock hatten, von mir irgendwelche Bilder zu bekommen. Habt ihr auch alle gemeldet, aber das sag ich euch nur deswegen, dass man einfach ein bisschen mehr drauf aufpasst, weil wenn ich jetzt schon wieder höre, Metaverse sind nur kleine Kinder, kann ich euch jetzt schon sagen, da sind 100 pro auch welche, die versuchen wieder an die Kids ranzukommen. Deswegen habt da immer ein Auge drauf, was eure Kids machen. Die sind einfach überall. Das muss man einfach sagen. Selbst auf meinem Discord-Server hatten wir mal das Problem. Seitdem muss man da immer, passen meine Moderatoren ganz sackgut auf, wer da reinkommt und was da geschrieben wird. Wir haben das auch alle schon sehr eingeschränkt, weil das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das ist wirklich unmöglich, muss ich echt sagen. Es ärgert mich einfach so unfassbar, dass eigentlich immer aus süßen Ideen immer irgendwas realisiert oder irgendwas versaut wird und immer so einfach irgendwelche Menschen reinkommen, die so widerliche Dinge dann einfach wollen und gerade das Vertrauen und die Naivität von Kindern auch einfach so extrem ausnutzen. Er sagt ja auch direkt, lass uns befreundet sein. Da gibt es nicht viele. Wer jetzt ja schon wieder gefunden ist, fressen. Can I help you with anything? Cause I can do your mouth for you if you want. You gotta sign this paper here. Oh, das voll ist süß. Und das war mir dann alles so fucking unangenehm, dass ich dann einfach gegangen bin. Und ich glaube, dieser kleine Junge steht immer noch in seiner VR-Praxis und wartet auf den nächsten Patienten, den er dann betreuen kann. Was ich mich aber die ganze Zeit gefragt habe, warum muss ich im Metaversum überall hinlaufen? Ich meine, sollte das nicht eine virtuelle Welt ohne Grenzen sein, in der irgendwie alles möglich ist? Warum muss ich dann ständig irgendwelche fucking Wege von A nach B nach C immer laufen und laufen und laufen? Boah, mir wird schon schlecht beim Zuschauen. E-Wack muss eine Technologie sein, wenn man sich denkt, ah, da hinten sieht's cool aus, dann geh ich mal hin. Da könnte man vielleicht nochmal ansetzen, Herr Zuckerberg. Aber ich bin natürlich weiter durchs Metaversum gebraust, um weitere coole Welten zu entdecken. Unter anderem den Soapstorn Comedy Club. Der wurde ja ganz am Anfang selber von Meta auf deren Website genannt und empfohlen. Wie geil das dort ist, dass man da den ganzen Tag abroffeln kann und so. Ja, nee. Außer mir und diesem Huhn war niemand da. Niemand. Es gab eine leere Bühne, es gab kein Publikum, niemand hat Witze erzählt. Es war eine grandiose Comedy-Erfahrung. Wie kann das denn sein, dass von allen Menschen auf der ganzen Welt niemand an diesem Ort ist? Boah, schon Wahnsinn, wenn du überlegst, was man mit dem Geld hätte sonst alles machen können, ne? Ich. Weiter ging's in die nächste Welt und das fand ich eigentlich ganz interessant. Denn Meta hat offensichtlich eine Kooperation mit der NBA, also der amerikanischen Basketball-Liga. Und man kann dann in so eine Art Stadion gehen und ein Basketball-Spiel gucken. Das fühlt sich dann ungefähr so an, als würde man dann in einem Stadion an der Seitenlinie stehen und so das Spiel gucken können. Aus lizenzrechtlichen Gründen konnte man das aber nicht mit aufnehmen, deshalb könnt ihr das nicht sehen. Und es war eigentlich ganz cool, bis das Spiel dann einfach eingefroren ist und nichts mehr funktioniert hat. Na toll. Das war dann wieder weniger cool. Aber das war so der erste Punkt, wo man gemerkt hat, ja, da könnte was Interessantes sein. Ja, das Spiel lief dann aber nicht weiter. Keiner hat's mehr anbekommen und ich bin dann noch so ein bisschen in dieser Welt rumgelaufen. Und hab dann elendig lange versucht, einen virtuellen Basketball in einen virtuellen Korb zu werfen. Hat auch nur so mäßig viel Spaß gemacht. Die nächste Welt war ein Shooter-Game und ich dachte mir, ey, ja, vielleicht ist das auch was richtig Geiles für VR. Viele dachten sich doch immer, ey, wie geil wär das mit so einer Brille, dann in dieser Welt rumlaufen, bam, 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 Highscore. Geil. Und in dieser Welt hab ich gemerkt, wie f***ing kacke das technisch umgesetzt war. Jeder Shooter, den ich 2008 auf meinem Medion-Laptop gespielt habe, war technisch besser umgesetzt. Oh Gott. Außerdem war der Voice-Chat ja die ganze Zeit an und man hat im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Kinder gehört. I don't even have it, I don't even have the gun. I don't even have the gun. Yeah, then that's why you have the carnet gun. Ja, hat ein bisschen die Immersion kaputt gemacht, wenn sich einfach Kinder so gegenseitig unterhalten, während man so rumschießt. Ja, crazy. Warum sind überall nur Kinder? Ja, diese Welt war es dann auch nicht, aber ich hab gesehen, es gibt gerade einen beliebtesten Raum, in dem ganz viele Menschen drin sind, nämlich Spin the Bottle. Über 163 Menschen sollen in dieser Welt gewesen sein. Uuuuh. Wow, Weltrekord. Ein Spiel, bei dem sich auf einem Tisch eine Flasche dreht und man andere Spieler eliminieren muss, damit man am Ende als letzter übrig bleibt. Also erstmal hab ich jetzt nicht 163 Menschen gesehen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie keiner so richtig die Regeln verstanden hat und alle nur so wild durcheinander geredet haben. Vielleicht lag's auch daran, dass wieder nur überall Kinder waren. I can buy this. Oh Gott, das ist ja wirklich voll mit Kids. Oh Gott. Gab es aber ein Portal in eine andere Welt, nämlich Prison Life. Und dort musste man dann wählen, ob man entweder Wärter oder Gefängnisinsatze sein möchte. Es ist wirklich ein V.A. Roblox tatsächlich. Mehr ist es ja gar nicht. Und ich dachte mir, geil, vielleicht ein Roleplay-Game, wo man sich irgendwie taktisch aus dem Gefängnis befreien muss. Spiel Spaß vielleicht endlich. Ja, also seht selbst. Mir kommt es auch so vor, es werden die Welten halt auch wie in Roblox von jemand gebaut und hochgeladen. Also, dass es jetzt nicht von Metaverse gestellt ist. Ist das einfach nur random? Ist wahrscheinlich auch alles nur Kinder, oder? Ja, mein Spaß war unermesslich. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie ist das nicht meins. Ich wollte weg von diesen ganzen Kindern und vielleicht auch mal in Welten extra für erwachsene Menschen. Und ich habe die Gatsby's Bar gefunden. Ein Ort ab 18 Jahren. Da es aber keinen virtuellen Türsteher gab, konnte da einfach jeder rein und ich musste nicht meinen VR-Pair sofort zeigen. Aber irgendwie war das auch egal, denn dort gab es auch nichts. Zwei Leute standen irgendwie afk in der Ecke rum und ein virtuelles Huhn pickte ein paar virtuelle Körner auf. Und ansonsten passierte dort gar nichts. Man konnte nichts machen. Also, außer in andere Welten durch andere Portale reisen. Irgendwie ist das immer ein sehr großes Ding, dass man bloß nicht in dieser Welt bleibt, sondern schnell in eine andere geht. Ja, viel zu wirr, viel zu unstrukturiert. Die Welten sind auch nicht schön, wenn ich mir das jetzt anschaue. Ich hätte überhaupt keine Lust, das auch auszuprobieren. Also, rein da in die nächste Welt. Club Infinity V3 18+. Ein Nachtclub für Erwachsene. Yes, endlich! Und ich war schon komplett bereit abzudanzen. Party, Nightlife, das volle Programm. Endlich wieder richtig abklubben. In einem Club, in dem keine Musik läuft und ich der einzige Gast war. Ja, ich finde es auch schwierig, wenn du halt eben so viele Kinder auf dieser Plattform hast. Und dann gibt es halt 18 plus Clubs, wo theoretisch was sein könnte, was Kinder gar nicht sehen dürfen. Und du kannst einfach so rein. Und na klar drückt jedes Kind da drauf. Also, ganz ehrlich, jeder will ja reinlunzen. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie zieht sich das so durch, ne? Also, habe ich einfach Bierpong mit mir selber gespielt. Klassische Sachen, die man so macht in einem Club. Was aber schwierig ist, wenn halt der Ball immer in der Luft hängen bleibt, wenn man ihn werfen möchte. Also, bin ich weitergegangen. An der Bar gab es auch kein Personal. Bin ich also direkt auf dem Dancefloor und habe ein bisschen abgezappelt. Ja, und ich glaube, das war die traurigste Party, auf der ich jemals in meinem Leben gewesen bin. Und dann bin ich in einer Welt gelandet. Hot Girl Summer Rooftop Party 18 plus. Es gab einen riesigen Pool, Table Dance Stangen und alles in einem verführerischen Rosa. Und auch hier war natürlich wieder niemand. Es ist wirklich wie so eine, es ist eigentlich wie I'm Legend. Also, Metaverse ist I'm Legend geworden tatsächlich. So, außer ich, der immer so wie John Travolta in diesen Welten stand. Ja, so ein Rooftop Club ist auch irgendwie nicht so geil, wenn da sonst kein anderer ist, mit dem man chillen kann. Und auch irgendwie nichts groß, was man da so machen kann. Im Hot Girl Playhouse, geiler Name, gab es dann eine Liste mit Punkten, die man gewinnen kann, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt. Zum Beispiel, wenn man ein Mädchen küsst, kriegt man 10 Punkte. Was? Oder bei einem Kuss mit einem Fremden bekommt man 20 Punkte. So, und das ist jetzt halt wieder was. Das geht jetzt dann schon langsam wieder irgendwie in die Richtung. Und dann muss man halt sagen, da sollten halt dann einfach auch keine Kinder rein dürfen. Und das ist halt hier nicht gewährleistet. Man kann froh sein, dass es hier jetzt keine User gibt. Aber ich finde es schon ein bisschen kritisch, wenn halt so viele Kids da jetzt sind und sich das irgendwie an die falschen Personen rumspricht. Dann bist du halt im besten Fall auch ganz allein mit dem Kind in den Raum und keiner kriegt es mit, ne? Und die dritte Base bringt sogar 35 Punkte. Was auch immer im Metaversum die dritte Base ist, keine Ahnung. Ich will es auch am besten überhaupt nicht wissen. Und 45 Punkte gibt es, wenn man all the way vor Zuschauern geht. Und 50 Punkte gibt es sogar, wenn man bis Sonnenaufgang wach bleibt. Uiuiuiuiui. Ja, da werden richtig wilde Nächte und Partys gefeiert. Aber die Frage ist doch dabei. Was hat Joby 2023 gemacht, um über 2000 Punkte zu bekommen? Fast 400 Punkte mehr als Corallis. Wahrscheinlich einfach AFK rumgechillt. Was ein Flittchen. Und als ich dann selbst an der drehenden Stange stand, habe ich mich gefragt, Timon, was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich die Brille besser ganz schnell mal abgesetzt und zur Seite gelegt. Alles, was ich da erlebt habe, war irgendwie so unfassbar weird. Und es gab so, so wenig, wo ich gedacht hätte, ja, das ist jetzt wirklich cool, hier möchte ich gerne nochmal hinkommen. Und nirgendwo waren irgendwelche Menschen und wenn doch, dann waren die halt nicht älter als 12. Ja, und vor allem, es ist halt einfach so oft wie mit dem Handy. Da musst du mit dem Handy rein. Wie funktioniert die Kommunikation am PC? Brauchst du dann auch ein Mikro, um mit denen zu sprechen? Brauchst du ein Headset? Das ist einfach schon wieder viel zu viel Gegebenheiten. Während bei Roblox ein Klick und du bist halt schon auf deiner Startseite, klickst die schnell rein und raus, kannst auch mit Leuten interagieren. Und ja, Metaverse hat da doch einfach keine geile Grafik und Quali. Das sieht halt aus wie Roblox. Was für eine weirde, weirde Welt. Und bei Roblox gibt es tatsächlich auch Levels, die richtig gut gemacht sind und richtig krass aufwendig sind. Und das ist deutlich besser als all das, was ich jetzt hier gesehen habe. Und jetzt stellt sich aber dabei die große Frage, warum macht Facebook Meta das überhaupt? Weil offensichtlich funktioniert es ja nicht. Im Prinzip könnte man sagen, sie wurden dazu genötigt. Denn wie jedes große Technikunternehmen hat auch Meta den Drang dazu, relevant zu bleiben. Und Facebook ist mit den Jahren immer weniger relevant geworden. Am besten klappt es also mit dem Relevantsein, wenn man das nächste große Ding vor allen anderen erfindet, bevor andere Leute draufkommen und man dann von denen abhängig wird. Ja, aber es hat nicht gut umgesetzt. Zuckerberg dachte sich also, ja, also keine Ahnung, ob das jetzt irgendjemand braucht, aber irgendwer irgendwann bestimmt und dann sind wir aber genau da. Und obwohl das Ganze unfassbar teuer ist, steht der Aktienkurs bei Facebook oder Meta richtig gut aktuell. Ob das aber wirklich mit diesen geilen Innovationen im Metaversum zusammenhängt, ist fraglich. Der ganze Markt steht ja aktuell relativ gut da an der Börse. Aber aktuell scheint sich diese Strategie noch auszuzahlen für Meta. Die Frage ist vielleicht, wie lange noch? Weil als ich da war, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich das so wie die Zukunft anfühlt, sondern eher wie so eine ganz, ganz weirde, dystopische Technik Vergangenheit. Ja, wie VR-Chat halt eigentlich. Ich bin gespannt, wie dieses Video altern wird. Vielleicht werden wir in fünf Jahren doch alle hier mit dieser Brille sitzen. Wenn es aber immer noch so aussehen wird wie da, dann werde ich vielleicht lieber an die frische Luft gehen. Ja, definitiv. Leute, ich bin gespannt auf eure Meinung zu dieser ganzen Sache. Habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht? Wart ihr auch im Metaversum? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Oder sagt ihr, nee, komm, bitte, geh weg damit. Das war eine Bestandsaufnahme, was aus dieser wunderbaren Technologie geworden ist, wo wir gerade stehen. Bin sicher, in Zukunft kann es nur geiler werden. Alle Infos zu Magic Holes und den Code Klangarn findet ihr oben in der Videobeschreibung. Checkt es gerne mal aus. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Sehr cooles Video von Klangarn, dass er da reingeht und das für uns ergründet hat. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Punkt zu sagen, ich will da niemals rein. Das wirkte unfassbar frustrierend. Die Idee war ganz cute, aber die Umsetzung halt überhaupt nicht. Es ist viel zu viel Aufwand. VR-Brille ist auch nicht günstig. Das kann man sich jetzt auch nicht einfach mal so leisten. Und wenn man sich leistet, dann eher für Spiele, die wirklich gut funktionieren. Und ja, das, was ich da sehe, ist auf jeden Fall eher abschreckend. Also diese Idee zu haben, man ist irgendwie zusammen im virtuellen Raum, lernt Leute kennen, ist generell cute. Man darf aber auch nicht vergessen, ich glaube, die Umsetzung ist unfassbar schwer. Denn wir wissen alle, Internet ist wie Autofahren. Da trauen sich die Leute viel, viel mehr in ihren Safe Space. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das gut moderieren könnte, dass Leute da nicht reinkommen und einen komplett durchbenommen und respektlos werden, umso mehr Leute es werden. Das wäre schon mal die Herausforderung, zu gucken, wie moderiert man das. Dann noch das Nächste, dass man halt eben auch diese 18-Plus-Räume sperrt, dass man aufpasst, dass Kinder dort nichts passiert. Also es sind auch schon sehr viele Herausforderungen. Die Idee an sich ist ja, wie gesagt, cute. Irgendwie so ein Get-Together mit netten Leuten von überall aus der Welt. Ich meine, ich spiele auch super viel Computerspiele und freue mich jedes Mal. Habe jemanden ganz lieben aus Frankreich kennengelernt, mit denen ich dann auch öfter gespielt habe. Oder auch früher in PUBG habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt. Das kann schon sehr cool sein, aber wir kennen es ja auch aus vielen Ego-Shootern, wo sich Leute dann durchbeleidigen oder du beleidigst, was du als eine Frau wirst oder Sonstiges. Das heißt, netter Gedanke, aber Umsetzung scheint gerade nicht so gut zu sein. Vielleicht kennt ihr euch da besser aus und wisst, warum das Ganze überhaupt gemacht worden ist. Dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Auch ob ihr auf dem Metaverse mal drauf wart oder sagt, es war mal besser. Oder ob ihr davon überhaupt noch was mitbekommen habt. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Das Original-Video ist wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.